Mit 8 Federn Ja und? Und? Aber du kannst von oben nach unten durchgehen Ja Ne, das ist deswegen ja viel zu schwer Ja, das ist wieder John War ja so klar John hier Na klar ist in den letzten beiden oberen oder den letzten drei Kisten mehr Loot drin oder den besseren Loot, aber du musst ja nicht Ja, aber man sollte die vorletze nicht öffnen bevor man die obere genommen hat Ja Weil sonst explodiert die obere, wenn man die vorletze öffnet Oder ergerät der Affe jagt die oben in die Luft Was weiß ich wann ich ganz oben bin Merkst du, du merkst wenn die Plattform alle Löcher haben und wenn die oben keine Löcher hat in der Decke dann ist der Battle Tower Ich hab Melonen Samen Force Inget? Kriegt man das denn? Weiß ich nicht Das ist dünn Das ist, das ist dieses neue Force Das ist halt, das gibt Energie Ja, das ist die von MFFS Glaub nicht, dass man MFFS ist Doch, Force ist von MFFS Man braucht Force Game MFFS hat Forsythium oder so was Man braucht Force Game und zwei Eisenbahnen oder Force Game und zwei Goldbahnen Oder Bronze Bahn oder Edel der Eisenbahn Da kommen grad nicht der Meteor Ried, Meteor Ried, Meteor Ried So, wo ist er? Da, keine Ahnung ich hab ihn nicht gesehen Ich glaub ziemlich nahe unserem Haus Ich hör'n! Ich hab'n! Ja, komm mit mal rein! Ich hab'n! Leder haben wir ja nix, ne? Aber du hast doch hier ne? Du hast doch Zombie-Hirn, oder nicht? Ja, ja, ich weiß! Ich hab'n! Und zwar sogar ein Star-Peace! Nicht nur Stardust! Jawoll! Meins, 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 meins! Oh, wie viele Zombies einfach von unserer Hostile sind! Die wollen da wohnen! Ach, die heilige! Nein, wir kaufen nichts! Erstmal'n Zombie-Kopf! Ja, ist klar! Ne Post-Tinne! Die sind nervig, ey! Boah, ich seh' jetzt schon ne Mine, hier diesen Minenschacht bei mir in der Nähe! Oder das ist das Zeug, äh, hier in der Ruine, wo Johnny grad drin war! Oder davor! Das kann sein, von der Höhe könnte's vielleicht passen! Trollololol! Trollololol! Achja, dieses olle Bekloppen-Projekt wieder! Hi! 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 Guck mal, Johnny! Hat der schon Diamantsachen! Wo hast die denn her? Ich hab einmal Diamantenschutz sicher 2 bekommen! Also, Schutz 2 bekommen und Fuß sicher 2! Wegen dem Zombie da! Und dem... Stimmt der Spinne noch! Ja, ja! Ich hab wieder Uran gefunden, ne? Hä? Uran! Ihr wisst ja, was das heißt, ne? Ich baue unter dem Spawn aber ein Atomkraftwerk, ne? Hm, ist klar! Muss sich ja, wenn schon lohnen! Hm, hm, hm! Wenn's in die Luft geht! So, gut! Gesundheit! Okay! Verrückt, du hast! Diese scheiß Klaue kann ja kein Eisen und sowas abbauen! Nee! Hab ich schon auch gemerkt! Meine ist aber jetzt kaputt! Jetzt kriegst du so'n Force-Chart raus! Weiß nicht, was man damit machen kann! Das kannst du... Da kannst du Energie produzieren! Das mach ich doch! Mit dem Force-Chart kannst du den Force-Engate machen! Oder Energie wird produzieren! Bapapapapaa! Ja... Liquid Force... Boah, die Musik nervt! Trolldoll! Ach, gehr, gehr, gehr! Dann brauchst du Force-Engate, okay! Oh, wie krass man mit der Klaue einfach Blätter abbaut, Alter! Ja, das ist heftig! Force-Engate? Okay, so, alles klar! Und dann kann man... Das mach ich... Ja, mit der Klaue ist geil, eh! Die Blätter abzuklatschen! Ich mach grad Force-Engate herstellen! Ich will grad Force-Engate herstellen! Oh, mein Minecraft leckt, weil ich auf Whispies geklickt habe. Die leckt beide am Arsch. Ach, stell dich nicht an. So, drei Stück reichen. Äh, haben wir gerade noch einen Cut reingezwiebelt, ey. Ja? Cut, ja. So. So, ich bin ein fauler Mensch. Na, wie immer. Wie immer. Haben 15 Minuten schon um? Ja, ja, schon 16,5. Ach, okay. Ich krieg das gar nicht gut. Boah, boah, boah. Boah, der ist nur am Looten, hoffentlich stirbst du, ey. Da glaub ich dir das. Ja, verreckt du aus. Okay, erst mal den Mimik, die Luft sprechen. Boom. Der ist nur am Cheaten. Warum? Ach, halt so. Der ist nur am Cheaten, hier. Ja, das ist ja doch immer, weißt du doch. Da hab ich nichts Neues. Bin, 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 bin. Ne, Johnny? Ich hab doch nicht gecheatet jetzt. Ich hab die Portechs-Portline gefunden, oder? Ja, wo? In der Pyramide. Ach so. Ich wollte ja nicht weiter suchen. Ich wollte eigentlich nur die Bücher haben. Ja, Pech jetzt, ne? Ich hab jetzt, ich hab jetzt drei Challenge-Books schon. Respiration, Fire Protection, Flame 1. Ja, Flame 1 ist irgendwas. Und eine Portechs-Portline. So, hab noch nichts davon, weil ich gar nicht erst reinrenne. Was machst du denn als erstes? Sag ich nicht. Turtles? Boah, doch, was denn ist das? Nö, dafür brauch ich jetzt mal Redstone. Hab nach unten. Äh, ich bin Höhe 52, ich grab mich schon nach unten. Ich hab, ich hab zwei Redstone gefunden, oder? Egal. Kommst du mit Super aus mit dem Redstone. Oh, Gravel f*** dich doch. Ich hasse Gravel. Oh, heul nicht rum, ey. Oder wieder nur rum. Wie soll das denn? Du heulst auch immer rum. Mee, mie, 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 mie. Mee, mie, 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 mie. Ihr beide seid also am Meinen, oder was? Na, ich bin so ein bisschen am Rumgucken, am Kundschaften. So etwas. Ja, ich bin am Meinen. Ich gehe gleich auch Meinen. Ich mach das so wieder bei Sparks Challenge, wie ich das da mach. Cheaten. Erstmal nach Diamantzen. Ja, ist klar. Hä? Erstmal nach Diamantzen. Dann mach ich Strip Mining nämlich. Der cheatet, weißt du, der hat die ganzen Zeit dann nur gecheatet. Ja. Den cheate ich, weil ich das immer alles kriege. Und er am Verrecken ist und dauert. Ja, ey, das ist voll widerlich. Lenkt er mich unbedingt in der Hölle ab, ey. Nein, und ich muss es einfach verrecken. Warum kann ich hier nichts aufnehmen? Was ist denn jetzt hier los? Ab und zu leckt das so ein bisschen. Na, nee, Kupfer-ID zwei... Ah, nein. Ich hab doch gesagt, dass das das ist. Zwei IDs, ey. Ich kriege einen Abfall. Ami hört man ja nicht zu. Ne, warum auch? Musik des Gefühls. Weil du ein Jude bist. Kannst du das immer bitte sein lassen, diese Diskriminierung. Einer Rasse. Mir gegenüber? Ja, mir auch gegenüber. What the fuck? Du musst einfach wegzuhören. Did, 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 did. What the fuck? Did, 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 did. Hinte, sei doch. throws gamelada. Bin er, jetzt. Ey Johnny, hau mal das Nase von hier in der Wüste. Lock. Ey, warte mal, wo war denn nach da? Da muss ich, glaube ich, runter. Ich muss unbedingt mal einen Wegpunkt nach Hause machen. Ach, hab ich auch noch gar nicht. Zumindest weiß ich ja, wo mein Todespunkt ist. Boah, für die Bücher ist einfach Film. Um die Pyramide herum Achja, Leute 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 von heute Also du bist da unten in dieser komischen Ruine, ne? Wer? In Johnny Wahrscheinlich, ja Doch, das Glück ist mal mit der Portflug an, dann reicht die ganzen Mimics einfach weg Ja, weißt du, ob sie erstmal irgendwo hin porten, ne? Ja, aber nur die, ab und zu droppen die auf was Ja, deswegen Ja Nur Ectoplasma Keine Schnur Ectoplasma sowieso und dann irgendwie noch Anderen Mist, was du so eigentlich auch in Thun finden kannst Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Centus Alter, warum hast du das andere Portal? Johnny, bist du dumm? Wo packst du das andere Portal hier bei uns im Spawn rein? WTF? Ich dachte das wäre woanders Boah Junge, ey Bekloppten Home Toll, jetzt sind die hier drin und ich kann erstmal hier Wenn ich gleich wieder sterbe, ne? Ja, ich geh gleich drauf Ja Johnny, ey Johnny, ey Ich komm doch schon Ficken, ey Anstatt zu rennen Du hast doch gewinnen Ich hatte doch auch keinen Hunger mehr Ich konnte auch nicht rennen Einfach umdrehen, aber nicht kämpfen Nein Nein Das muss wenn schon Weil, ich war mir nicht schon hinter dir eben Johnny wollte immer so ein Mist, weißt du doch Pack das mal woanders hin Aber lass sie ruhig hier stehen Ne, das nervt Das sind ja Männer existen Nie mit Kisten Was ist denn da? Könnt ihr jetzt wieder schlafen gehen? Kann das sein, dass die Nacht so ein bisschen schnell ist? Nein, das ist äh, weil wir schon 22 Minuten um haben Echt? Wollen wir schlafen gehen oder nicht? Also meinetwegen nicht Also ihr wollt, dass wir schlafen gehen Ich geh ja auch nur runter Deswegen brauch ich eigentlich nicht schlafen Ja, ich brauch eigentlich auch nicht schlafen Hat jemand zufällig Kohle? Ja, ich hab 19 Stück Brauch man den bisschen, weil ich fucking brauch Ja, brauch ich auch Und ich wollt noch paar Kartoschkis verbrennen paar Kartoffeln Brauch ich die denn eigentlich? Hast du die eingesammelt? Kartoschkis? Nö Ich hab die eingesammelt Ich hab hier auf... Ey, wir hatten die ganzen Kartoffeln daraus genommen Welcher Geier? Ich? Ich hab aber hier oben rauf gelegt wieder Kartoffeln Da sind gar keine Ofen mehr, man Hä, bist du blöd? Da sind doch 10 Stück rein Nein! Was hast du hier da reingetan? Hä, ich kann die nicht reinlegen, du Affe Man kann die nicht mehr reinlegen Ich hab hier schon Essentruhe hier Wer hat denn jetzt hier die Truhen hingefäffert? Wir? Hä? Achso, ja gut Was ist denn ein shiny Bobble? Kannst du Tränke mitbrauen, dann leuchtest du wie eine Leuchtkugel Das sieht voll lustig aus Oh Kannst du mir wenigstens 4 Cola abgeben? Ja, bin grad dabei Weil ich find grad nicht wirklich was Weil ich find grad nicht wirklich was Ja Achso, ja, danke Ja, reicht doch erstmal Aua, Aua Aua Boah, gar nichts weg Ey, meins Hier bin ich Hey! Lass mich mit runter Eine Hose mit Schutz Ey! Haut ab hier Hallo! Hallo! Was denn? Halt mir dazu Ne Haut ab! Meine Fresse, sowas kotzt mich an, wisst ihr das? Lass Lass uns doch eben runterbuddeln Du gehst da sowieso In eine Richtung Centos Ja, aber ich mach das extra für mich nicht, für euch Ja, dann heul nicht rum Also, für die Gemeinschaft musst du was machen Der kennt keine Gemeinschaft Klar Wenn er da dabei ist, dann kennt er keine Gemeinschaft Grab da einfach bis du für 13 Uhr runter und jeder gräbt sich in eine Richtung Ja, will er ja nicht, hab ich ja grad gesagt So sparen uns doch die Fackeln, man So müssen wir weniger Chunk lauten Ja, deswegen meine ich das ja, aber will er ja nicht Deswegen geh ich jetzt Wanderchen An ihm ist der Bombe, ja klar Tschüss Pisser, Alter Affe Habt euch lieb Ne, ich grab hier schon so weit runter und dann kommt ihr mit einmal erst an Das ist ein richtiger Deutscher, weißt du? Meins, 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 meins Wie die Möwen von... Wie die Möwen von Nemo Meins, 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 meins Und aus dem Wert gesorgt, dass alles in eine Tour kommt und jedem was gehört, ne? Ich Wow Jetzt will er ablenken, jetzt lenkt er auf, jetzt lenkt er Dann beschwärst du dich aber, wenn wir nachher Diamanten rausnehmen Hehehe Sind wir die Schuhe? Na Wer sagt denn, dass ich jemanden überhaupt da rein tu? Ja, du musst sie doch irgendwo losleeren, oder willst du die ganze Zeit im Inventar halten? Wieso nicht? künftig wort ist mit 8 6 und 6 zufrieden das stört gehrt hollolol wer sondern eine klaue was sie kaputt kann dabei neu zu holen Hoffentlich stirbst du. Bist du jetzt im Tower oder was? Wie heißt das Tower eigentlich? Forstenwitz heißt du eigentlich. Sorry, im deutschen Forstenwitz. Gibt ja hier jetzt auch irgendwie so Force-Energy oder sowas. Ja, das ist dieses MFFS. Den Schild brauchen wir. Damit uns die Meteoriten nicht auf den Keks gehen. Ey, wir brauchen ein Meteoriten-Schild. Kannst du auch mit MFFS machen. Ja. Ja, da gibt es sogar extra ein Modi, wo du den Monstern der Nähe sind, dass sie Schaden kriegen. Meteor-Timer. Ja, wenn die nächsten Meteoren kommen. Okay. Wofür hast du das? Das ist gerade nicht einfach außer dem Tower hoch. Na komm, ey John, jetzt ohne Witz. Ey, mach das richtig. Brauchst du da Riechtenkristall gelassen? Dieses widerliche Hostecken zum Battle Tower, ne? Battle Tower. Das hier ist irgendwo scheiße. Ich habe gerade eine Kiste gehabt.